Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist wichtig, dass ihr die Leine nicht mehr losst. Da wird nicht die Leine angeschaut, wo der Mutter weg geht. Aber wenn ihr die Mutter auf die Leine, dann weiß sie es. Wenn ihr die Mutter auf die Leine, dann weiß sie es. Wenn ihr die Leine untertitelt, dann aber noch ein Schott und dann eine Krippe auf die Leine, dann geht's mal hier. Wie geht's mit der Leine? Beküste nach den Krik7. Wenn ihr die Leine eingeschaut habt, dann kam ein Schott. Dann kam es noch ein Schott. Komm es bei der Leine, dann kam es nach die Leine und bei der Leine.